Ich würde höchstens erzwingen, indem ich hier das hier mache. Ich würde doch mal einer den Blödsinn nehmen. Du stehst direkt daneben. Oh ja, danke. Okay. Oh ja, hüpf nicht einfach gleich wieder runter. Oh ja, genau, lauf einfach mal mitten rein. Wir lieben ja unsere aztekische Tetris-Muster so sehr, dass wir uns ja so darauf freuen, dass da wieder welche sind. Okay. Oh. Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, sind sie niedlich. Das war's für heute. 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 Vielleicht hilft das ein bisschen. Warum läufst du mit 10 weg? Ich glaube wirklich, wir haben mit dem Großbauprojekt hier die AI geschrottet. Ich glaube, wir haben mit 10 weg. 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 Wir haben aber noch fast 1000 Steine frei. Wir haben mit 10 weg. 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 Wir haben mit 10 weg.